Meisterlich sauber Inneninhaberin Evelyn Bodingbauer legt größten Wert auf qualitative Leistung bei einem konstant bleibenden Preis-Leistungs-Verhältnis und hat sich dadurch in den vergangenen Jahren einen großen Stammkundenstock erarbeitet. Die 35 Mitarbeiter, darunter auch ihre Kinder Stefan und Linda, sind in Wien, Ober- und Niederösterreich und im Burgenland im Einsatz. So werden Kunden in Sachen Sauberkeit restlos zufriedengestellt. Einen Überblick über die vielen Leistungen finden Sie auf www.ebr-reinigung.at 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 www.ebr-reinigung.at